Ich bin Lukas und mache aktuell meine Ausbildung als Fachinformatiker Systemintegration bei der Daimler TSS. Zu meinen Aufgaben gehört Betrieb von Applikationen und Services. Dafür sorgen, dass Applikationen laufen und Server konfiguriert sind. Eine der Aufgaben ist der Betrieb des Azubi-Servers. Dazu gehört der Server selbst, das Netzwerk, das der Server benötigt, um zu funktionieren und auch der entsprechende Datenspeite. Was mir besonders Spaß macht, ist, dass man die Möglichkeit bekommt, sich zu entfalten. Das heißt, wenn man ein Interesse an einem Gebiet hat, dann darf man sich das einfach angucken, ausarbeiten und auch seinem Team entsprechend vorstellen. Die typischen Informatiker-Klischees treten bei uns nicht auf. Das heißt, man arbeitet im Team und es gibt eigentlich niemanden mehr, der irgendwo im Keller sitzt, irgendwas zusammenprogrammiert und komplett alleine sein Problem löst. Was ich in der Ausbildung gelernt habe, war der Einsatz von unterschiedlichen Betriebssystemen. Unter anderem den Einsatz von Windows-Systemen, Linux-Systemen, Unix-Systemen und die einzelnen Vor- und Nachteile gegenüber den anderen Systemen. Was mir sehr gut bei Daimler TSS gefällt, ist die sehr lockere Arbeitsatmosphäre. Wir haben hier einen Kicker-Raum zum Beispiel, in dem wir uns einfach so verabreden können mit Teamkollegen oder auch anderen Arbeitskollegen und einfach Kickerspiegel spielen können.